Immer wieder sehe ich auf Wettkämpfen, dass die Hunde bei der Sitzübung verspannen. Heute zeige ich euch mit meiner wunderbaren Technik, wie entspannt ihr eurem Hund die Sitzübung aus der Bewegung anlernen könnt. Befülle deine Hand mit Futter, halte sie nach oben über den Kopf des Hundes. Mit dem Kommandositz ziehst du die Leine leicht nach oben, achte dabei selbstverständlich auf deine Dosierung und deine Hand geht leicht nach hinten. Bleibe im Fluss, lauf ganz entspannt weiter und zeitnah wirst du die Leine wieder lockern, sofort loben für die Ausstrahlung und für ein gutes Gefühl und dann gehst du ganz entspannt zu deinem Hund zurück. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim Training, die Jenny